Beim Rammsteak achten Sie bitte darauf, dass es gut abgehangen ist. Es sollte mindestens vier bis fünf Wochen gereift sein. Um den Eigengeschmack zu erhalten, das Steak ungewürzt grillen, danach leicht pfeffern und salzen. Der richtige Gabung des Fleisches lässt sich über die Fingerdruckprobe vergleichen. Rear, Medium, Well Done. Grill-Tipps, präsentiert von Weber Grill und den Salzburger Fleischern.